und willkommen mein name ist dann ihre sp und ich bin bett mario baster ja beim letzten mal sind wir auf das schiff ja in das schiff eingedrungen damit wesker aufhalten können und jetzt noch mehr wesker aufhalten das hat sich sehr komisch angehört aber wir haben uns waffentechnisch optimiert jetzt damit wir auch wieder platz haben wir gestalten ist in das vollste kapitel 62 das hauptdeck wenn ich mich röster ein ziemlich kurzes kapitel ich glaube es mir inhaltet auch nur ein boss und ich glaube ich weiß auch schon wer weh party Hm. 6.000.000 kreis von Agni wird eine neue Balance verletzieren. Entschuldigung, Wesker, aber nicht auf meine Seite! Albert, du sagst, dass wir diese Welt gemeinsam verletzieren! Warum? Ich dachte, sie waren Pott. Wesker nicht über jemanden, aber selbst. Soon, sogar du wirst du verstehen, Chris. Eine Glimpse auf mein neuen Welt, und es wird alles perfekt machen. Schöne dich! Schöne dich! Schöne dich. Es ist zu lange für dich. Du wirst nicht leben, um die Sonne zu sehen. Entschuldigung, Excella. Aber es scheint, dass Luroboros dich verletzt hat. Doch du bist ein guter Asset. Ich habe eine letzte Aufgabe für dich. Albert! Was? Das berühmte Spaghetti-Monster Nummer 3. Oh nein! Schon wieder Spaghetti? Warum können wir nicht mal was anderes außer Spaghetti essen? Ja! Ich bin in Afrika und Italien. Ja! Ich bin jetzt nämlich echt in der Stimmung für ein gutes Steak! Das werde ich nicht essen und auch nicht zubereiten! So! Hände auf der Tastatur! Oh Gott! Sehr gut! Hast du mich gedrückt? Oder ich nicht? Ich habe nicht gedrückt. Ich habe glaube ich ein bisschen spät gedrückt. Also ich weiß nicht. Ich wusste jetzt die ganze Zeit nur Zeit. Aber ich glaube wir sollten weggehen. Okay. Ja, das soll betonen. Also klar! Ach buddisch! Das ist schon wieder nicht gedrückt. Ich habe gedrückt. Ich auch. Hast du dich? Okay. Wir machen das nochmal. Wir rennen weg. Okay. 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 Ich muss nur elf machen. Bis jetzt. Außer kommt ein anderer Knopf. Ja, ich wusste erst ex zu meschen. Jetzt muss ich ja meschen. Doch ich muss die ganze Zeit gleiche. Jetzt muss ich wieder ex drücken. Oh mein Gott. Ja. Wie. Ja. Wie. 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 Ah, ahtit erst mal untere Koffer werde ich Ehren. müssen wir mityanstes noch altaren und��는 die ströme. also bei mir war relativ einfach ich muss die ganze zeit f drücken und dann einmal a und d also ich musste erst x drücken dann muss ich drücken da muss sich bedrücken muss ich wieder extra muss ich wieder extra da muss ich zl und zr drücken okay was ist passiert also nicht ich bin spagetti gebratet lauter lachen kennst du das ja allein diese tode müssen in ein bestoff reinkommen ich würde ich habe auch was du lebst auch noch oder slap that bad jetzt das sind echt widerliche spagetti kinder ist sie nicht diese gammelt und verrottet alle meine waffen sind nachgeladen leer warum leer leer ich weiß noch als dem boss kommt zum ersten mal gemacht habe da habe ich mich mit meinen kollegen auch nicht so gut angestellt weil da wusste man nicht genau wieder funktioniert ich weiß ich kann mir noch ein bisschen erinnern wie er funktioniert aber dafür brauchen wir eine bestimmte waffe führen also nicht unsere waffen die nützen dagegen nichts aber ich sehe seid ihr schon alle elektrisiert da geht ja so nicht ein paar leute ein bisschen da reingekommen ist wir sind dort der tante hier ist ein dinge bei mir nicht aufgeführt weil hier ich zeig es dir was auch sagt da geht doch ganz einfach auf weil ich weiß gar nicht was du ich weißt du gar nicht was du hast fand ich auch hier verzähl ich oh mein gott ok auch dem musste man sogar besiegen und die waren erst alle namen pennen und dann habe ich dir aufgeregt schon wieder die toten gestört nee 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 was mache ich nur mit dir das kann ich mal ein bisschen mitgenommen habe spencers notizbuch okay hier alt heißt das fehlt man das ist so viel aber da steht glaube ich was auch überwesker drin nämlich an und manche navigation ist aktiviert ich kann die steuerung nicht übernehmen nicht um denn nicht ich kann die steuerung auch nicht übernehmen ich meine es ist voll interessant auch so geschiffen zu laufen habe ich ja auch letztens gemacht also dabei war ich im schiffsmuseum drin das war cool wenn ich auch wichtig drei große schiffe und durch ein u-boot gelaufen ich habe noch mal schiffe besichtigt verarbeitet haben irgendwie weil ich war nicht irgendwie so eine schiffsausstellung da war der weg ist auch dabei okay muss man von der arbeit aus entgegen gehen irgendwie so was in der art war glaube ich weiß ja gar nicht mehr es gab es gibt auf jeden fall im norden und von deutschland auf die war ein richtig schönes schiffsmuseum schon so riesig wenn ich das unternehmen wird es alles zerstören betriebshandlung für den satellitenlaser shango den brauchen wir nämlich was er ist erstmal rotes kraut und hier müsste es ja irgendwo drücken können wenn ich hier erinnere ich drehe ich mal zum sitzen ich kann nichts machen recht nicht ich meine man kann sich da reinsetzen vielleicht denke ich an einen anderen sitz gesperrt ich kann die steuerung nicht übernehmen nein so wollen wir dann mal exzeller endlich in den arsch treten kann man mal machen da machen wir dann mal raus rausgehen kann ich uns ja mal heilen hätte ich vielleicht machen sollen bevor wir rausgehen jetzt müssen sie jetzt mal am anfang heilen glaube ich so muss noch eine munition so brauchst du gewährmusikion nein du baust so ich habe noch genug ok ok ganz vorsichtig raus dann passiert uns auch nichts super spagetti monster das nennen wir spagetti mit fleischbärchen spagetti mit fleischbärchen lecker ich mag fleischbärchen warte mal ja ich mach mal ja was auf ja und auch nicht ja ich habe ein satellitenlaser gefunden ja was wir knappen noch an kann hatten kannst du einen davon abschließen was ich verschluckt schon wieder ja ich kann nicht gleichzeitig daran so um und ja die quick time events machen da brauche ich nicht den elektroschock aber ich glaube ich auch nicht brauchen so dass ich mir mal noch deine restliche gewährmusikion da gebe ich dir die hier ja ich glaube ich nehme an die weste mit vielleicht kriegt ein bisschen weniger da brauche ich eigentlich nicht mehr brauchen wir eigentlich nicht bereit ok du musst es noch mal so haben tauschen ok na gut ich mach doch mal auf der sich hoch ich glaube genau umgehen weiß gar nicht wo sich rechts oben oder unten ich habe auch keine ahnung du musst es die länge abschließen genau ich habe mal den ich würde gerne ablegen damit du auch mal benutzen kannst aber ich weiß nicht wie die ganze zeit schaden jeder mal so lange gehen und ja du mal willst so erstmal muss ich aber kaputt haben ich war es noch mal erst mal muss ich ja eins von den dinger kaputt haben was auch kannst du treppen natürlich so schafft es natürlich besser da ist der riesige alter pickel man kann das muss sofort ja das teil muss nachladen und auch ich sterbe wenn ich habe ich damit schaden machen hat er noch getroffen jetzt gerade zugebracht ich denke schon wieder beim beim aufheben fest aber ich glaube das liegt an der katz ihn jetzt mal passiert weil sie aus dem spiel ausgeflogen ich sehe gerade wir machen irgendwas da oben ich weiß nicht was passiert wenn wir ja wenn jemand machen ich sterbe das ist graus und ich kann es nicht mitnehmen ich habe mich ein rotes ich glaube ich habe zeit haben jetzt müssen wir die ganzen zentakelpächer hier platt machen ich kann ich kann f und v nicht drücken in der action keine angst alter ich bin doch nein da wollte ich ein sammeln ich wollte nur platz für das gröde kraus das war ein von den dinger kaputt hauen wohl schon mal auf ausrichten start okay versuchen wir noch so im falle eines falles habe ich jetzt etwas dabei ich habe erste hilfe dabei bei uns bitte ich nehme die gewährmission ich habe gedacht da kann für die wisse ja du nimmst die brandgranate wir haben jetzt nicht wir bringen dann da kann da dass man das hier aufmachen ja jetzt mal die beiden abballern gehe ich mal mal den die beiden abgabten tentakelmonster und ich kann es wie man schicken wir wohl zum kugel jetzt weiß noch einfach hier mit den zentagern aber mit vier ist das halt echt nicht so einfach jetzt kommt wieder der super ein tag du bist da oben ja jetzt kann ich den super alter an ich habe noch eine granate reingeworfen ich komme auch nach oben das war erst mal ein von denen oder die erst mal kaputt oder da geht weg heute ist schon schwarz warte ich bin ein grünes kraut wir haben leider nicht so ein luxus ja ich bin auf einen der dinger das ist ab ja diesmal war ich bereit ich bin auf einen von denen da nein war gar nicht einsam wenn man da ein geweck so hat es leuchtet nicht ich habe das leichter zu treffen muss nachladen ich glaube ich sterbe gleich stirbst nicht ich werde dich das ist doch nicht einfach so sterben doch jetzt aus dem weg so war es da wenn du nichts dagegen hast ja ich habe nichts dagegen schießen auf den super eis da habe ich gesagt gedacht war schon wollte auch der muster so langsam genug haben wenn du nichts dagegen erst los bewegt sich zu viel die müssen wir jetzt kaputt schießen wir haben sich nicht so viel mehr spagettis gut ist kauf er kommt jetzt auf den als stell naja muss der weg jetzt gar nichts mehr ich soll auch das ding ist schon rot angeschwollen das sind meine kinder das nehmen wir wältern genießen genießt heute eure spagetti mit fleischbällchen und war schon mit dem kapitel wieder ein kurzer fahrt das heißt wir haben exzeller jetzt endgültig erledigt ja sie können die akte exzeller john im archiv einsehen das heißt es bleibt nur noch einer übrig und wir sind viermal gestorben das ist das ist viel und ich bin so mit kollegen als das erstmals spiel gespielt habe an diesem boss verzweifelt ich mir vorstellen weil wir damals zu dem zeitpunkt haben wir nicht gewusst wieder funktioniert weil zu dem zeitpunkt haben wir du musst sie erst mal die dinge abschießen damit die schwarz werden weil da bewegen die sich weniger und da kann sie besser anvisieren genau das war ja auch sehr sehr schwer den überhaupt zu treffen ja und er hatte die satelliten kanone und wir haben nicht gewusst hat man die so schwächen kann damit die sich weniger bewegen und er hat die ganze zeit sozusagen versucht werden die noch am leuchten waren und die so zu treffen ist unglaublich schwer ich verstehe schon und da war super verzweifelt ich weiß noch als ich ich habe da chris gespielt er war irgendwie am anvisieren und ich habe einfach nur auf seinem bildschirm gesehen wie ich da mit chris direkt vor ihm so stand also vor seinem visier er versucht voll konzentriert auf das ding zu ziehen und ich stelle mich einfach so vor ihm hin so ich helfe ich bin am helfen ja gut okay dann sehen wir uns im nächsten part zum finale tatsächlich ja ich weil es ist nur noch einer übrigen saueska nee ich habe noch zwei level 6 3 ist das letzte kapitel ja okay damit also wir sind laut in der auto nicht schief wenn es okay dann sehen wir uns im nächsten kopf wieder ja schaut auch auch